Staub saugen und gleichzeitig wischen, das klingt doch traumhaft, oder? Bleib genau hier, denn ich werde dir jetzt die 5 besten Saug- und Wischroboter vorstellen, beginnend mit dem preiswertesten. Der günstigste ist nicht unbedingt der leistungsschwächste. Die Produktlinks findest du in der Beschreibung direkt unten. Auf dem fünften Platz haben wir den Bissell Wack und Steam Titanium, ein wahres Juwel unter den Saug- und Wischrobotern. Die Marke Bissell ist bekannt für ihre fortschrittlichen Funktionen und mit diesem Modell bietet sie eine außergewöhnliche Vielseitigkeit. Mit einer einzigartigen 2 in minus 1 Funktion kombiniert er das Saugen und das Dampfreinigen gleichzeitig oder getrennt, um eine umfassende Lösung für makellose Oberflächen zu bieten. Dank der praktischen digitalen Steuerung am Griff erfolgt der reibungslose Übergang zwischen den Saug- und Dampfmodi. Dieses Wunder der Haushaltspflege verfügt über einen Drop-It-Schmutzbehälter, eine Innovation, die es ermöglicht, Schmutz hygienisch und mühelos zu entfernen. Die kraftvolle Zyklonwirkung gewährleistet eine effiziente Reinigung und die schnelle Aufheizzeit von nur 30 Sekunden garantiert eine schnelle und effektive Reinigung. Sein cleveres Design ermöglicht die Behandlung von trockenem Schmutz und eliminiert gleichzeitig 99,9% der Keime und Bakterien durch die Dampfreinigungsfunktion. Der Wack und Steam von Bissell zeichnet sich auch durch seinen Schmutzbehälter aus, der den Schmutz im Behälter vollständig trocken hält und so jeden Kontakt mit Dampf vermeidet. Die Benutzerfreundlichkeit wird durch eine einfache Entleerungsfunktion für eine unkomplizierte und praktische Reinigung nach Gebrauch optimiert. Die waschbaren Filter, sowohl der Schwamm als auch die Falten, gewährleisten eine dauerhafte Leistung, indem sie Staub und Schmutz effektiv einfangen. Zusammengefasst ist der Bissell Wack und Steam Titanium weit mehr als ein Saug- und Wischroboter, er verkörpert Exzellenz in der häuslichen Pflege und bietet eine umfassende und innovative Lösung für eine saubere und gesunde Umgebung. Allerdings könnte der Drop-It-Schmutzbehälter klein sein und häufiges Entleeren erfordern und einige Benutzer berichten, dass der Reiniger etwas laut sein kann. Auf dem vierten Platz in unserer Auswahl möchten wir den Roventa Clean und Steam Revolution hervorheben, ein Juwel der Innovation in der Welt der Saug- und Wischroboter. Bekannt für seine Leichtigkeit und Benutzerfreundlichkeit, bietet dieses intuitive Gerät maximalen Komfort während der Anwendung. Sein cleveres 2 in minus 1 Design saugt den Boden vor dem Dampfreinigen ab, um maximale Sauberkeit zu gewährleisten. Dieses revolutionäre Modell geht über einfaches Reinigen hinaus, indem es bis zu 99,9% der Keime und Bakterien durch die Kraft des Dampfes ohne den Einsatz von Chemikalien oder Reinigungsmitteln beseitigt. Eine einzigartige Funktion dieses Juwels ist sein Diffusor für ätherische Öle, der in den Saugkopf integriert ist. Durch das Hinzufügen von ein paar Tropfen ätherischer Öle auf die mitgelieferte Tablette ermöglicht der Rowenta Clean und Steam Revolution, dass der Dampf einen angenehmen Duft im gesamten Raum verbreitet und dem Reinigungserlebnis eine Wohlfühlnote verleiht. Mit einer Reparaturgarantie von 10 Jahren und einer Standardgarantie von 2 Jahren passt sich dieser Dampfreiniger allen Bodenbelegen an, sei es Parkett, Fliesen, Vinyl oder Teppichböden, dank des mitgelieferten, Ultragleider, Zubehörs, was eine optimale Auffrischung gewährleistet. Darüber hinaus garantiert die fortschrittliche Zyklontechnologie eine optimale Trennung von Luft und Staub, wodurch dauerhafte Ergebnisse und herausragende Leistung erzielt werden. Zusammenfassend zeichnet sich der Rowenta Clean und Steam Revolution als innovative Lösung aus, um Böden makellos zu halten, und bietet gleichzeitig ein angenehmes und duftendes Reinigungserlebnis. Trotz seiner Vorteile haben einige Benutzer angegeben, dass der erzeugte Dampf für einige intensive Reinigungen möglicherweise nicht heiß genug ist, und der Wassertank für den Dampf kann für große Flächen häufig nachgefüllt werden müssen. Auf dem dritten Platz thront der Bissell Crosswave als wahres Juwel unter den Saug- und Wischrobotern. Seine Doppelbehälter-Technologie ist eine Meisterleistung an Effizienz, indem sie sauberes Wasser und Reinigungsmittel von schmutzigem Wasser getrennt hält, dank zweier unabhängiger Wasserbehälter. Dieses innovative Design stellt sicher, dass Sie immer mit sauberem Wasser reinigen und somit die Reinigungsergebnisse optimieren. Die Vielseitigkeit dieses 3 in minus 1 Saug- und Wischroboters ist beeindruckend und passt perfekt zu Fliesen, versiegelten Holzböden, Laminat und Teppichen. Er zeichnet sich durch seine hervorragende Saug- und Reinigungsleistung aus und entfernt Verschüttungen, Schmutz und Flecken mit bemerkenswerter Effizienz. Die automatische Selbstreinigung ist eine praktische Funktion, die Schmutz, Haare und Ablagerungen von der Bürstenrolle nach jeder Verwendung mit einem einfachen Tastendruck entfernt. Diese Funktion reduziert die Zeit, die für die Reinigung nach jeder Sitzung benötigt wird und erhält gleichzeitig die Leistung des CrossWave. Die intelligenten Steuerungen am Griff bieten eine intuitive Benutzererfahrung, ermöglichen das einfache Wechseln zwischen der Reinigung von Hartböden und Teppichen und steuern gleichzeitig die Lösung mit einem Auslöser für bedarfsgesteuerte Lösungsabgabe. Für eine noch effizientere Reinigung wird der Bissell CrossWave mit einer umweltfreundlichen Reinigungslösung geliefert, die optimale Ergebnisse auf trockenen oder feuchten Böden bietet. Zusammengefasst ist der Bissell CrossWave weit mehr als ein einfacher Saug- und Wischroboter. Er verkörpert Exzellenz im Mehrflächenreinigung mit fortschrittlicher Technologie und intelligenten Funktionen für ein optimales Reinigungserlebnis. Die Batterielaufzeit kann jedoch eine Herausforderung für große Häuser darstellen, da häufige Aufladungen erforderlich sind und einige Benutzer berichten, dass die Reinigung des Tanks etwas mühsam sein kann. Auf dem zweiten Platz unserer Auswahl befindet sich der Tineco E-Floor 3, ein Meisterwerk unter den Saug- und Wischrobotern, das Leichtigkeit, kabellosen Betrieb und außergewöhnliche Leistung kombiniert. Entwickelt, um auf Hartböden zu glänzen, macht dieses revolutionäre Gerät keine Kompromisse bei der Reinigungsleistung, während es gleichzeitig leicht zu verstauen ist, selbst in engen Räumen. Mit einer bemerkenswerten Leichtigkeit saugt der E-Floor 3 Brice Plus gleichzeitig Staub und wäscht mühelos hartnäckige Flecken von ihren Böden. Sein kabelloses Design bietet eine beispiellose Bewegungsfreiheit für eine reibungslose Navigation im gesamten Haus. Dieses Wunder der Haushaltspflege zeichnet sich auch dadurch aus, dass es weniger Wasser auf dem Boden hinterlässt als seine Konkurrenten, was für sauberere Böden, schnellere Trocknungszeiten und ein optimales Erscheinungsbild sorgt. Die Doppelbehälter-Technologie des E-Floor 3 stellt sicher, dass Sie Ihre Böden immer mit sauberem Wasser reinigen. Schmutzwasser wird in einem separaten Behälter gesammelt, was die Notwendigkeit zum Ausbringen, Spülen oder Entsorgen von Einwegmobs eliminiert. Nach Abschluss Ihrer Reinigungssitzung platzieren Sie einfach den E-Floor 3 Brice Plus auf seine Ladestation und starten den Selbstreinigungszyklus. Dies stellt sicher, dass der Schlauch und die Bürste sauber und geruchsfrei bleiben und verlängert so die Lebensdauer des Geräts. Zusammengefasst verkörpert der Tineco E-Floor 3 die perfekte Kombination aus kabelloser Bequemlichkeit, Reinigungsleistung und intelligentem Design und ist damit ein idealer Partner für die aufrechte Haltung der Sauberkeit Ihres Zuhauses, insbesondere wenn es mittelgroß ist und über Hartböden verfügt. Es ist zu beachten, dass die anfänglichen Kosten im Vergleich zu einigen anderen Modellen auf dem Markt höher sein können und einige Benutzer bemerken, dass das Gerät möglicherweise Schwierigkeiten hat, schwer zugängliche Bereiche zu reinigen. An der Spitze unserer Auswahl glänzt der Drieme H12 als ein leistungsstarkes 4 in minus 1 Reinigungswunder, das eine außergewöhnliche Vielseitigkeit bietet. Dieses leistungsstärke Gerät ermöglicht es Ihnen, mühelos zwischen Trockenreinigung, Nassreinigung, Verwendung als Handstaubsauger oder mit dem Schlauch zu wechseln, um unterschiedlichen Reinigungsanforderungen gerecht zu werden. Der Drieme H12 Dual ist wirklich ein Meister in der Bewältigung von Verschmutzungen auf Hartböden, Teppichen und sogar Sofas. Mit einer einfachen Tastenbetätigung bietet der Drieme H12 Dual eine mühelose Selbstreinigung und Trocknung. Nach der Selbstreinigung trocknet die Heißlufttechnologie bei 55 Grad Celsius die Bürste in weniger als 30 Minuten, wodurch mögliche Geruchsbelästigungen vermieden werden. Diese clevere Funktion hält die Bürste sauber und jederzeit einsatzbereit. Die verbesserte Doppelkantenbürste des Drieme H12 Dual ermöglicht eine gründliche Reinigung und erreicht selbst die entlegensten Ecken mit bemerkenswerter Präzision, wobei sie sich auf weniger als 6 mm ihren Sockelleisten nährt. Dieser leistungsstärke Reiniger brilliert auch bei der Bewältigung schwer zugänglicher Ecken und schmaler Räume und bietet eine umfassende Lösung für ein makelloses Zuhause. Mit großen Wasserbehältern ermöglicht der Drieme H12 Dual ausgedehnte Reinigungssitzungen und eliminiert so die Notwendigkeit häufiger Stops zum Nachfüllen des Tanks. Die beeindruckende Saugkraft von 16.000 Pa gewährleistet eine optimale Reinigungsleistung über 60 Minuten. Das fortschrittliche System zur Erkennung von Staub und Schmutz passt die Leistung intelligent an den Verschmutzungsgrad an und bietet eine maßgeschneiderte Herangehensweise, um jeden Schmutztyp präzise zu bewältigen. Zusammengefasst positioniert sich der Drieme H12 Dual als unangefochtener Spitzenreiter und bietet einen umfassenden und leistungsstarken Ansatz, um die Haushaltsunordnung zu bewältigen, wobei besonderer Wert auf Benutzerfreundlichkeit, Leistung und intelligentes Schmutzmanagement gelegt wird. Es sei darauf hingewiesen, dass einige Benutzer berichtet haben, dass die Batterielaufzeit bei Verwendung hoher Leistungsstufen kürzer sein könnte und die Kosten im Vergleich zu anderen auf dem Markt erhältlichen Saug- und Wischrobotern höher sein können. Also, mit welchem Saug- und Wischroboter wirst du Freude daran haben, deine Böden zu reinigen? Sag es mir in den Kommentaren. Liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat, und findet die Produktlinks in der Beschreibung. Bis bald für weitere Top 5!